Einen wunderschönen guten Abend meine Lieben. Ich wollte mich von ganzem Herzen bei meinen Fans bedanken, die sich schon ein Ticket gekauft haben für die Schorstein Papiertour, die jetzt bald losgeht im November. Kalter Entzug. Ich bin begeistert und darf euch mitteilen, dass die ersten Häuser ausverkauft sind. Es hat sich auch sonst ein bisschen was getan. Ich fange jetzt einfach mal an in der Tourliste, wie sie geplant war und was dazwischen neu gekommen ist, teile ich euch mit. Wir starten in Köln am 20.11. mit dem kalten Entzug. Köln ist komplett ausverkauft. Dresden am 21.11. Cottbus am 22.11. und in Bremen sind wir am 4.12. und alles was ich unterstrichen habe, da wären die Tickets schon richtig mies knapp. Hannover Hedghtown City freue ich mich richtig drauf. 5.12. sind wir dort. In Bonn am 10.12. haben wir eine neue Show für euch eingeplant. Also wer drumherum irgendwie kein Ticket gekriegt hat. Bonn steht noch zur Auswahl. Mannheim am 11.12. Am 12.12. sind wir in Frankfurt in Frankfurt. Ich freue mich riesig darauf auf die Stadt. Osnabrücklin am 18.12. Auch dort werden die Tickets schon ganz mies knapp. Ihr seht es, ich habe es unterstrichen. Es geht weiter. Dann am 19.12. in Marburg. Am 20.12. sind wir in Kaiserslautern. Am 21.12. sind wir in Duisburg. 21. Duisburg komplett ausverkauft. Eine Zusatzshow am 22.12. auch schon fast komplett ausverkauft. Duisburg, ihr seid echt bombe Leute. Und wir haben noch eine zusätzliche neue Show am 23.12. ein Tag vor Heiligabend in Dortmund für euch geplant. Ich freue mich riesig auf euch und von ganzem Herzen Dankeschön alle, die kommen werden. Bonne Love. Haut rein.